Tja, Weihnachten ist ja auch noch ein Straß und noch alles dran. Der Weihnachtsmarkt hat ein kleines Stück auch noch alles geschmückt. Hat auch noch Lichter an. Ist doch alles geschmückt, der Weihnachtsmarkt steht auch noch oben, der Kleine. Der Kleine ist ja noch ein Markt. Hast doch gesehen, die verkaufen Braten, ist doch alles dran. Das ist ja noch. Die Strahlung Ich strahle nicht. Wir haben es nicht. Ich strahle nicht. Was steht da hinten? Der war ich drinnen. Der war teuer. Ja, da war ich drinnen. Die ist hier. Nein, da ist der Laden drin gewesen. Der ist doch zu. Dieser teure Laden war da drinnen. Döner ist noch auf. Wolltest du mich einladen? Lass deinen Geiz hier nicht zu, Hans Geiz. Ja. Hier, Hotdog. 2,99. Ja. Willst du mich einladen? Ja. Lieber fau dir die Pfoten ab. Lieber fau dir die Pfoten ab. Dein Geiz. Guck, hier ist das Testzentrum. Hier, Olaf. Ist auf. Ist doch nicht voll. Ist leer. Da, hier. Hier drinnen. Wo ist denn die Schlange, was du sagtest? Ist doch leer gewesen. Bis 18 Uhr ist er geöffnet. Bis 18 Uhr ist er geöffnet. Ich bin jetzt mal oben bei der Leidemann.